Okay, da sind wir zu tief in seinem Einzugsgebiet. So, wir lassen die Truppen erstmal da. Und holen mal den letzten, den setzen wir nämlich dann da oben auf die Insel. Nämlich hier hin. In der Hoffnung, dass wir die Leute da irgendwie hinlocken. Und wir sie dann mit dem Schiff abgenazten können. So, und was ich mit dem hier jetzt machen will, ist, ich will ja auch probieren auf der Insel, wenn der mir schon so blöd kommt. Ganz ehrlich, wenn der mir so blöd kommt, dann will ich mal gucken, was ich machen kann, um ihm seine Ressourcen streitig zu machen. So, ich glaube, wir düsen mal den Kontoplatten. Oder nehmen wir erstmal den da. Oh, okay. Oh, okay. 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 We'll be right back. So, we'll be right back. so wunderbar okay die sind da macht er da unten noch erst mal gar nix erst mal passiert hier gar nichts er könnte jetzt hier oben sein genau dann würde ich zu euch beiden sagen hübsch doch mal hier rein und dann nehme ich euch und fahr mit eines eurer schiffe wird angegriffen es war jetzt auch nicht so clever da lang zu fahren und das war nicht clever kein werkzeug mitzunehmen oder noch er der ist noch da kannst du hier noch mal quatsch ne du bist ja rute bitte lass dich nicht aufhalten so zack danke wo ist denn der andere der da ich habe doch noch einen kleinen acht erfährt erst noch hoch oder ja hallo kleiner mein hübsch ja wunderbar er hat aufgegeben da unten das ist toll okay und da ist das spiel wieder abgeschmiert ein bisschen schade naja bis dann zur nächsten aufnahmesetzung wir sehen uns wieder so da sind wir wieder und wir müssen erstmal gucken wo wir jetzt eigentlich ab die werft haben und dann nicht zerstört okay wir müssen gerade wieder zurück du könntest dich mal reparieren dass du für eine route du hast die route okay dann repariert ich doch mal bitte und wir schauen mal was wir hier oben haben äh ne nicht hier oben sondern der ok den haben wir schon leer gemacht die schiffe kommen zurück da unten ok die stadt müssen wir noch mal zerstören so das hier ist steuerung 2 das hier ist steuerung 3 dann würde ich dich mal sagen die einzelne sind nicht mehr markiert wenn ich das richtig sehen ok ist jetzt natürlich ein bisschen schade dass die ganzen blödsinn noch mal machen muss so die zwei die kürchen wir arbeiten uns jetzt halt wieder ganz schnell nach da oben so das wird geplädelt das wird geplädelt das wird geplädelt dann werden wir das hier plätteln das hier und dann würde ich zu dir mal sagen steuerung 1 und dann machen wir die mal alle platt und hier und hier und jetzt die werke oh piraten wollt ihr es riskieren gut so und den würde ich ganz gerne nach hause schicken auch zum reparieren so und dann werden wir hier unten so und ich würde ganz gerne wieder speichern gesichert ein schiff wurde repariert so dann kannst du da wieder dahin was auch immer ich mit dir vor hatte ich weiß es gerade nicht mehr ich weiß ich wollte da unten ein übernahme experiment starten aber das ist ja jetzt gerade egal so dann die hier da runter drei kann hier angreifen zwei greift den an und den und die und die und die und die und die dort und die dort und den dort und eigentlich können wir schon mal mit dem holz anfangen und die dort ein Eine Stolper-Schiffe wird angegriffen. Was w ciento! W y so? 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 W un l'abon! So verheizt er jetzt seine Ressourcen, kann er machen, wenn er das möchte. So, schön. Dann würde ich jetzt mal, ähm, ich würde die Soldaten hier zurücklassen. Ich würde hier hoch flitzen, wobei ich das ja mit dem machen kann, äh, mit dem. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. So, und du fährst mal bitte zur Werkstatt. So, und du bitte hier jetzt 50 rüber, rüber, und von mir aus auch den noch da, 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 von mir aus. Der kann wieder zurück, und dann würde ich nochmal speichern, gesichert. Und dann würde ich mal mit diesem Schiff da hinfahren wollen. Eigentlich kann ich den wieder abreißen. Ja, ich meine, eigentlich erzeugt das hier jetzt nur Kosten für nichts, was sich irgendwie lohnt. Gerade für mich. Deswegen, tschüss. Ah, ich wollte ja mit dem anderen Schiff, genau, da wollte ich ja irgendwo da hinten hin. So, dann kannst du von mir aus mal hierher. Oh, und du bist schon am Ziel, das heißt, ich kann mal reparieren. Du, 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 du. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ah, die Dreckskanoniere. Ei, ei, ei. So. Dann können wir doch hier mal schauen Können wir da Da könnten wir Und zwar so weit Wenn wir da hinfahren Weil dessen Einzugsgebiet ist natürlich recht mächtig Genau, verheiz ruhig deine Ressourcen Kannst du gerne machen Wie schaut es eigentlich bei dir mit Bürgern aus? 800 nur noch Im Prinzip hungern wir ihn jetzt nämlich aus Okay, bis zu Erding kommen wir nicht Aber wir können uns quasi hier mitten in den Wald reinsetzen Und ihn damit provozieren Und da unten ist er weg Wunderbar, dann könnt ihr jetzt hier wieder rein Und ihr könnt das Foto nochmal platt machen Das ist auch gut So Ich bin am überlegen, ob ich nicht rumziehe Und die ganzen Geschütztürme platt mache Also ihr beiden kommt dann mal weg So Es sind ein bisschen zu viele Schiffe, glaube ich Na komm Hallo Schiffchen Okay, das geht offenbar nicht Also ich muss hier mal speichern Ähm Und als nächsten Na gut Na gut, nehmen wir den Oh Da werten sie sich aber immer ganz schön auf Eines eurer Schiffe wird angegriffen So Du kannst auch nach Hause, ne? Und du hier Kannst Wieder da runter So Dann würde ich dich mal ausknipseln So Ich denke, ich werde drei Um wieder reparieren So Dafür muss ich mir aber erstmal die Schiffe zusammenstellen Die reparaturbedürftig sind Ja Ja So Ja 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 Die sind ja alle reparaturbedürftig Okay, der ist hier Dann kannst du den da mal angreifen So Und ihr könnt jetzt alle mal nach Hause Eines eurer Schiffe wird angegriffen So Können wir jetzt auch machen Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet Na komm schon Äh Hier Wunderbar Okay Hier oben haben wir ja welche So Die unten haben wir umgeladen Das heißt Mit denen können wir eigentlich Zu dieser Insel fahren So Dann würde ich zu dir mal sagen Yay Du darfst kriegerische Aktivitäten vollführen Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut Gesichert Wo denn Ah Die Sau Okay Eins Jungs Wo fährst du hin Wo fährst du hin Und Ah Eins Krieg Dich So Die Konkurrent Eines eurer Schiffe wird angegriffen Die Bis zum nächsten Mal.